Moin moin Freunde, ein ungewohntes Bild hier. Ich bin da gerade im Studio umgebaue, das wird sich natürlich ein bisschen hinziehen paar Wochen. Aber ich habe jetzt gedacht, komm, eine Folge Nerdshack mit einem Comic dabei, ein Film der Woche und sogar ein Soundtrack. Also los geht's Leute! Bevor ich beginne, ihr wisst ja, dass da alles kostenlose Rezensionsexemplare umbezahlt. Und wir beginnen natürlich mit dem ersten, mit König der Löwen, der deutsche originale Filmsoundtrack, der am 19. Juli 2019 erhältlich ist. Ihr könnt euch kaufen, aber auch natürlich digital. So, und Disney hat mir diesen hier geschickt und ich muss dazu sagen, klar, ich bin ein Fan des 90er Kinofilms, was viele auch sind. Es wurde auch schon ein bisschen gemäkelt an der Live-Action-Verfilmung. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich kann da echt nichts zu sagen. Man muss aber, glaube ich, das einfach auch so sagen, man muss auch mal ein bisschen mal den Film eine Chance geben, sage ich immer ja wieder. Auch so gesehen mit dem Soundtrack. Ich finde natürlich die Originallieder wahrscheinlich besser als diesen hier. Es sind natürlich auch ein paar neue Lieder dabei gekommen. Ich habe mir jetzt den auch angehört. Das ist so ein bisschen mein Fazit. Ich muss sagen, klar, kommt nicht alles so rüber, wie ich es mir erhofft hatte. Aber es sind natürlich Lieder dabei. Wie Simba lebt, aber als Score, da natürlich eingesprochene Gesungenlieder sind Hakuna Matata. Natürlich kann es wirklich Liebe sein. Also ich muss dazu sagen, die machen ihren Job gut. Aber für mich ist der Funke nicht so ganz immer rübergesprungen. Hakuna Matata fand ich ganz gut auf jeden Fall. Kann es wirklich Liebe sein. Fand ich teilweise ein wenig komisch eingesungen. Muss ich so ein bisschen ehrlich sagen. Und sonst, die Lieder natürlich waren alle soweit in Ordnung. Ihr seht jetzt hier so ein bisschen das Frontcover. Und hier hinten ist die Songauswahl. Ich zoome das jetzt hier mal dran, dass ihr nochmal seht, was da so drin ist. Auf jeden Fall sind das eine sehr gute Auswahl. Für jeden Fan oder Fan, der es werden möchte. Die CD ist leider noch im Auto. Ich habe das auf jeden Fall angehört. Und die Audioqualität ist, Leute, einfach Bombe. So, wen man es auch erhoffen möchte, wenn man sich sowas kauft. Natürlich ist das Booklet hier auch dabei. Und mehr muss man eigentlich gar nicht sagen zu dieser... Zu diesem Soundtrack von Hans Zimmer wurde dieser ja auch erstellt. Hans Zimmer und Jon Favreau, der hat ja Regie geführt bei diesem Teil. So, wenn ich jetzt zum Ende kommen würde, was würde ich diesem Soundtrack geben? Dann würde ich sagen, okay, das ist für mich schon eine 7 von 10 wert. Weil da eine gute Auswahl ist. Die Songqualität ist gut. Die Bilder und so weiter. Das alles in Ordnung. Die Songauswahl nicht immer ganz so, wo ich sagen muss, prima. Aber das kommt alles später rein. Und da muss ich sagen, es ist von meiner Seite aus eine 7 von 10 wert. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, stelle ich einmal den Film der Woche vor von mir. Und ich muss sagen, ich mache das jetzt immer so ein bisschen, dass ich auf IGTV so ein paar Reviews zeige. Also wenn ihr natürlich gerne meinen Instagram-Kanal mal abonnieren möchtet, dann geht auch mal da ganz kurz gerne hin, weil ich zeige dir auch mal so ein paar private Sachen. Oder da seht ihr auch mehr Neuerscheinungen als hier auf YouTube. Hier bin ich natürlich auch up-to-date und zeige euch mal ein paar Sachen. Aber wie gesagt, der Film der Woche von mir, für euch, ist natürlich Green Book. Green Book erzählt die Geschichte des Green Books halt. Und es geht natürlich um die beiden hier, die auf dem Cover sind. Einmal um natürlich hier Tony Lip. Und hier ist es nochmal, ich muss nochmal nachgucken, sorry Leute, ist es Dr. Don Shirley. Eine Geschichte empfunden nach einer wahren Begebenheit. Und es ist natürlich eine grausame Geschichte, wenn man sich überlegt, wie damals die Gesellschaft war. Rastens Konflikte. Und ja, ich muss einfach sagen, der Film ist für mich wirklich ein klarer Gewinner gewesen der Oscars. Bester Film und natürlich auch andere. Hat er abgestaubt. Er hat natürlich auch als besser Nebendarsteller, bestes Originaldrehbuch. Diesen kann ich euch echt empfehlen. Muss ich eigentlich gar nicht weiter sagen. Wenn dann, leid mich den oder kauf den. Wirklich, das Leute, das ist ein super Film. Und ich muss euch sagen, denen habe ich eine 9 von 10 gegeben. Einfach zu Recht. Ja, und weiter geht es mit dem nächsten Film. Da muss ich euch Hardpowder vorstellen. Wie ihr seht in Steambook, das Unboxing findet ihr auf IGTV. Da könnt ihr gerne reingucken, das werde ich jetzt hier nicht präsentieren. Ein Film mit Liam Neeson ist ein Remake. Und ich muss sagen, sehr schwarz Humor, der sehr schräg ist. Die ganzen Action-Elemente, ein paar blutige Zähne sind auch dabei. Muss aber auch sagen, sehr kurzweilig. Kann nicht immer so die Pointe halten. Und ich muss auch sagen, natürlich ist Liam Neeson Zeit erst nicht vorbei. Aber es ist nichts Neues, was er teilweise spielt. Es sind immer diese typischen Rache-Elemente mit dabei. Und ich muss sagen, gut, er passt in diese Rolle auf jeden Fall sehr gut rein. Ist es für mich aber wirklich ein Film, den kann man sich angucken. Aber mehr als 6,5 von 10 gibt es halt für diesen Film nicht. Dann habe ich natürlich endlich mal Glass gesehen. Oder Glass, wie er hier in Deutschland hieß. Wie ihr sehen könnt, die Trilogie geht jetzt vorbei. M. Night Shyamalan. Sorry, Leute. Ja, und ich muss sagen, der Film hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe auch die Kritik jetzt von anderen Leuten nicht so ganz verstanden. Für mich war es einfach eine gute Umsetzung nach Unbreakable und Split. Und ich muss natürlich wieder sagen, dass hier dieses Mal wirklich, wenn auch alle drei stark Akteure sind, ich muss einfach sagen, dass James McAvoy hier wirklich mehr heraussticht. Und dass er mir am meisten natürlich von dieser Trilogie gefallen hat. Und an sich alles, auch mit einer Sarah Paulson, war es völlig in Ordnung. Und ja, also für mich ist das eine starke 8 von 10. Ja, dann muss ich noch einen Film vorstellen. Das ist einmal Ratcon 1. Army of the Dead. Wer natürlich Zombie... Oh, hier fährt es schon raus, der Schuber. Also ihr seht, das ist natürlich ein Schuber mit Emerald. Wer so auf solche Filme steht, in die Richtung, sei mal ein, das Day of the Dead. Zombie ist ein Kaufhaus. Der kann da wohl zuschlagen. Der Film ist an sich wirklich einfach nur trashig. Es gibt natürlich die Action-Elemente, sind ein paar nette Szenen dabei. Ist aber kein, wo ich sagen muss, ja, so die Granate in Storytelling. The Walking Dead in diese Richtung. Ihr seht ja so ein bisschen hier, wo es die Reise hingeht. Der Film war teilweise echt zäh. Hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauspielerisch ist es auch nicht jetzt die Perle auf dem Silbertablett. Es ist auch teilweise wirklich auch... Also Lückenfehler sind da drin und so weiter. Also Leute, das ist für mich so ein bisschen die Gurke des Monats. Und deshalb gibt es von mir auch für diesen Film eine 3,5 von 10. Ja, dann kommen die Comics. Habe ich lange ja schon nicht mehr gezeigt. Dann könnt ihr natürlich das letzte Video nochmal angucken. Hier ist der zweite Teil von Heroes in Crisis. So, und ich muss sagen, Geschichte ist noch hier wieder, das Story ist noch hier von Tom King. Und Playman und Lee Weeks machen hier die Zeichnungen. Dieses Mal, wenn auch der starke erste Teil wirklich gut begonnen ist, ist das für mich dieses Mal ein Lückenfüller und war ein bisschen enttäuschend. Aber macht natürlich Bock auf mehr und man will auch wissen, wie es weitergeht. Dieses Mal natürlich werden auch so ein paar Punkte nochmal so erzählt. Wäre so ein bisschen, wo man einen kleinen Twist natürlich drin ist. Es ist aber nicht so, wo ich sagen muss, das geilste gelbe im Ei. Und deshalb gibt es für mich wirklich für diesen Comic leider eine 5,5 von 10. Aber macht Bock halt auf mehr. Ja, Leute, dann habe ich natürlich nochmal, weil ich so ein bisschen spät dran bin, habe ich hier nochmal die Lego-Ausgabe Nummer 3. Jetzt muss das jetzt hier sein. Nummer 3, die Lego-Batman-Zeitschrift. Natürlich von Blue Ocean. Und ich glaube, ich würde mal sagen, die packen wir jetzt mit dem Aus. Ich will aber nicht aufgeben. So, ausgepackt. Also, ihr habt auf jeden Fall bei dieser Ausgabe, habt ihr einmal einen Booster dabei von dieser Trading Card Line. Wer möchte, dass ich das order, kann man aber in den Kommentaren mal schreiben, wer sich für sowas interessieren würde. Ja, sonst, vielleicht kann ich es ja einfach mal ordern für euch. Dann haben wir natürlich jetzt hier eine limitierte Karte dabei, wie ihr sie hier sehen könnt. Das ist auf jeden Fall Superman. Viele waren schade auf diese Karte, die wollen natürlich wahrscheinlich das hier auch sammeln. Also, wenn ihr auf Instagram guckt, da habt ihr es dann einfach ausgepackt. Und hier ist der Superman, der euch wahrscheinlich interessieren würde. Ja, sonst muss ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ihr habt natürlich jetzt, wie gesagt, diese Figur dabei. Und die kostet ja nochmal 3,99 Euro. Die nächste ist doch schon erschienen. Die habe ich jetzt nicht geordert. Ihr habt natürlich immer dann hinten auf dem Backcover noch ein bisschen Werbung. Ihr wisst ja, da sind Comics drinne. Dieses Mal ist einmal der Comic Teil 1 der Zugüberfall hier drinne. Und ich muss ja sagen, wer natürlich Fan ist, der sollte sich die wirklich abonnieren oder kaufen oder was weiß ich, whatever. Aber ich kann euch diese einfach echt total immer empfehlen, weil für 4 Euro bekommt ihr das auch nicht im Laden, weil es sind immer limitierte Figuren, die ihr bekommt. Und wenn ihr das so ein bisschen in den Showcase zeigt, ist das doch einfach genial, Leute. Ja, dann haben wir hier natürlich die Bauanleitung, wie ihr sehen könnt hier. Die Bauanleitung. Und ihr habt ja auch mal ein Teil drinne, ein Poster. Hier seht ihr einen Poster, wenn ihr da Bock habt. Ist auch ein ganz cooles Poster hier. Mann aus Stahl. Natürlich der Mann aus Stiel. Superman. Ja, und dann habt ihr natürlich so einen Teil extra. Was sind die Trading Cards da drinne? Ja, und die nächste Ausgabe, die jetzt schon erschienen ist, ist natürlich Flash. Die ist jetzt schon erschienen. Und mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Und natürlich wahrscheinlich wollt ihr wissen, wie das denn jetzt aufgebaut aussieht. Gut, so, Leute. Ich habe ihn aufgebaut. Da seht ihr einmal den Superman. Ja, den Superman, der ein Stück hier Kryptonit in der Hand hält und mit seinem Laserblick auf euch jetzt los schießt. Nein, auf jeden Fall hat er hier ein Cape. Und ich finde, der sieht ganz cool aus. Ja, mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Ihr habt, wie gesagt, diese Minifigur. Und das ist die Zeitschrift, die für 3,99 Euro immer im Handel zu geben ist. Die diese im Handel gibt. Ja, Leute. So, das war mal ein kurzes, knackiges Video. Nächstes Mal wird ihr natürlich, hoffe ich mal, irgendwann ein paar Wochen, werdet ihr, oder ich mache hier ein paar Voice-Overs, mal gucken, wie die Reise hingeht. Und irgendwann kann ich euch mein neues Studio hier präsentieren, was ich hier gerade aufbaue. Das sind inzwischen gerade so ein paar halt, ihr seht hier gerade, ich stets hier gerade in der Küche, hin und her. Auf jeden Fall könnte ich mal ja die Sachen abschecken, was ich hier euch gezeigt habe. Und ich würde sagen, Leute, lass dein Like da, lass dein Abo da. Bis dann und schau und BAM!